Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung und Arnum Schlüter, Direktor des Museums. In unserer aktuellen Staffel geht es um VIPs, Persönlichkeiten aus dem alten Ägypten, die sie auch bei uns in der Ausstellung finden. Wir widmen uns heute einer ganz besonderen Persönlichkeit, über die man viel sagen kann. Es ist nämlich Hatschepsut. Hatschepsut finden wir im Raum Kunst und Zeit, ungefähr in der Mitte des Raumes, linker Hand auf einem hohen, hohen Sockel. Dort steht ein Kopf, ein Königskopf aus Rosengranit mit der Inventarnummer ES5900. Er ist 53 Zentimeter hoch, trägt das sogenannte Nemes-Kopftuch, das Königskopftuch und einen Ureus an der Stirn. Der Königsbart ist abgebrochen, ebenso wie die Seiten des Kopftuches. Ursprünglich lief diese Statue als Ramses II. Dann wurde sie allerdings umdatiert als entstanden unter Hatschepsut und auch diese Königin, den König Hatschepsut, zeigend und unter Ramses II. schließlich nachbearbeitet. Das ist etwas, was wir in der Königsplastik öfter einmal finden. Das ist die sogenannte Statuenusurpation. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es gibt den einen oder anderen König, der gerne auf die Vorgängerstatuen zurückgreift. Ganz bekannt ist es eben auch gerade für Ramses. Und da geht es letzten Endes darum, sich letzten Endes wirtschaftliche Kraft zu sparen und bereits fertiggestellte Statuen umzuarbeiten und sie umzuwidmen. Und eben das massive Bauprogramm, das gerade Ramses II. eben hatte, mit ausreichend Statuen bestücken zu können. Und da ist man eben nicht davor zurückgeschreckt, auch anderes anzupassen, Inschriften zu tilgen, durch ramesidische Inschriften zu ersetzen und Ähnliches. Das heißt also, dass es zu den vornehmlichsten Aufgaben auch eines Königs ging, möglichst viele Statuen von sich herzustellen. Und wenn das halt gerade nicht möglich war, nahm man eben andere, hackte den Namen aus, schrieb den eigenen Namen drauf. Und so war die Statue also umgewidmet. Das Museum und Hatschepsut hat eine lange gemeinsame Geschichte. Es gab im Jahr 1999 nämlich eine Ausstellung zu Hatschepsut, König, Klammern, in Ägypten. Und diese Ausstellung ist dann 2002 noch im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu sehen gewesen. Der Hintergrund ist, dass wir zu dieser Zeit eine Leihgabe des Metropolitan Museums New York hatten, die ebenfalls ein Rosengranitkopf der Hatschepsut war. Im Jahr 2011 ist diese Dauerleihgabe dann wieder nach New York zurückgegeben worden. Hatschepsut, den Namen hat mit Sicherheit jeder schon mal gehört. Aber wer ist Hatschepsut denn nun eigentlich genau? Wir befinden uns am Anfang des sogenannten Neuen Reiches, nach der Zwischenzeit, nach der Herrschaft der Hyksos, in der frühen sogenannten 18. Dynastie. Wir sind mit diesem Kopf um das Jahr 1460 vor Christus ungefähr. Und Hatschepsut ist zunächst einmal die Königstochter von Thutmosis I. und dessen Hauptfrau Achmose. Das ist ganz spannend, weil sie damit zwei königliche Linien verbindet. Einmal zurückgreifend auf die Familie der sogenannten Achmosiden. Das ist die Familie, die den Übergang von der Zwischenzeit ins Neue Reich geebnet hat, geschafft hat. Also die Fremdherrschaft, die Bedrohung durch die Hyksos und im Süden durch die antiken Nubier abgewendet hat und das Reich wieder einen konnte. Und auf der anderen Seite eben dann die Linie, eine frische, eine neue Linie aus der Familie von Thutmosis. Und diese beiden Dinge sind für das Neue Reich sehr wichtig. Das Neue Reich startet mit einer ganz hervorragenden Ausgangsbasis. Das Reich ist geeinigt, aber auch über die Reichsgrenzen hinaus sind die Handelswege wieder offen. Man hat den Machteinflussbereich Ägyptens begonnen, wieder über die eigentlichen geografischen Grenzen Ägyptens hinaus auszudehnen und die Voraussetzungen für die Herrschaft dieser frühen Könige des Neuen Reiches sind eigentlich sehr gut. Es gab mal eine Ausstellung in Hildesheim, Aufstieg zur Weltmacht nannte sich die und das ist genau die Zeit, in der wir uns hier bewegen. Ägypten ist geeint, gefestigt, geht über seine Ursprungsgrenzen hinaus und soll in der Zeit, in der wir uns dann hier bewegen, auch seine größte territoriale Ausdehnung erreichen. Das heißt also, Ägypten wird wirklich zu einer Weltmacht. Der Thronfolger ist der Halbbruder von Hatschepsut, Thutmosis II., wie er dann heißen wird. Er ist der Sohn einer Nebenfrau mit Namen Mut-Nofret. Normalerweise ist es so, dass der Thronfolger auch immer aus der Hauptlinie stammen sollte, also Thutmosis und seine Hauptfrau Achmose. Thutmosis II. ist nur deswegen auf den Thron gekommen, weil zwei seiner älteren Brüder vor dem Tod des Vaters bereits gestorben sind. Thutmosis II. wird dann mit seiner Halbschwester Hatschepsut verheiratet. Hatschepsut wird also somit zur großen königlichen Gemahlin ihres Halbbruders. Die beiden hatten eine Tochter, Nofro Re, die bekannt ist. Eventuell gab es auch eine zweite Tochter, Merit Re Hatschepsut. Das ist teilweise nicht ganz so klar, die Zuordnung, die wir dort haben. Wir müssen dazu auch sagen, dass wir aus der Zeit, als Hatschepsut noch Prinzessin am Hofe Thutmosis I. war und auch dann eben noch später, als sie dann Königsgemahlin von Thutmosis II. war, dass es darüber nur sehr wenige Informationen gibt. Wir kennen allerdings die Amme und die Erzieherin, die sich um Hatschepsut gekümmert hat, als diese ein kleines Kind war. Das ist etwas ganz Übliches zu dieser Zeit, dass die Prinzessinnen und die Prinzen von Ammen auch großgezogen worden sind. Die Amme hieß Saad Ra, genannt Inet und hat sich offenbar so gut um Hatschepsut gekümmert, dass diese ihr zu Ehren später eine Statue dieser Saad Ra im berühmten Tempel der Hatschepsut in Del Bahari aufgestellt hat. Also eine posthume Ehrung und ein Dank möglicherweise an diese Amme, die Hatschepsut ihr da gewährt. Hatschepsut hat bereits unter ihrem Vater Thutmosis I. als Gottesgemahlin des Amun fungiert. Ein Priesterinnenamt, das ab der 18. Dynastie an Bedeutung gewinnt und seinen Machthöhepunkt in der 25. Dynastie erreicht, als die Gottesgemahlin des Amun de facto als Regentinnen über Ägypten geherrscht haben. Hatschepsut hatte damit schon in frühem Alter ein hohes Amt inne, das auch mit entsprechender Macht ausgestattet war. Zudem besaß sie auch dann von quasi Kindesbeinen an beste Verbindung zur Priesterschaft des Amun. Nun ist Hatschepsut allerdings nicht für ihre Königstochter oder Königsfrauenschaft bekannt und auch nicht für ihr Priesterinnenamt, sondern dass sie als eine der wenigen Frauen als König über Ägypten geherrscht hat. Thutmosis II. hat nämlich nur wenige Jahre regiert und ist auch sehr früh gestorben. Und er hatte einen Thronfolger, Thutmosis III., Sohn einer Nebenfrau Isis. Und der war unmündig. Man schätzt, dass er etwa zwei bis drei Jahre alt erst war, als sein Vater gestorben ist. Und so hat Hatschepsut als Tante und Stiefmutter die Regentschaft für ihn übernommen. Übrigens nicht seine leibliche Mutter, was ja auch erwähnenswert ist. Das zeugt davon, dass Hatschepsut eben am Königshof schon eine sehr bedeutende, gefestigte Rolle gehabt haben muss und es zu dieser Entscheidung offenbar keine Alternative gegeben hat. Dass eine Königin oder eine Königsmutter für einen noch unmündigen Herrscher die Regentschaft übernommen hat, ist zunächst nichts Besonderes in der altägyptischen Geschichte. Das haben wir nämlich schon seit der Frühzeit. Wir haben beispielsweise Merit Knight, die für Devon die Regentschaft übernommen hat. Ankhnes Merire, die Zweite, für den noch unmündigen Pepi, den Zweiten. Wir haben es mit Achmes Nefertari, die eventuell für Amenophis zunächst regiert hat. Wir haben Arhotep für ihren Sohn Achmose, den Ersten. Und Tetischeri für ihren Enkel Achmose, den Ersten. Das heißt also, Hatschepsut hat sich da zunächst einmal in einer guten Gesellschaft befunden und es war zunächst auch nichts Ungewöhnliches, was dort geschehen ist. Wobei auf den Monumenten aus dieser frühen Zeit, Tutmosis III, Hatschepsut, tatsächlich Tutmosis als regierender König zunächst einmal dargestellt wird, während Hatschepsut als Königin und Gottesgemahlin auftritt, also noch nicht als regierender Pharao. Erst im Laufe der folgenden Jahre baut Hatschepsut ganz offensichtlich ihre Machtposition geschickt weiter aus. Das sieht man sowohl an den Darstellungen als auch daran, dass sie sich in Anlehnung an die Königstitulatur dann den Namen Maat Kare zulegt. Also Maat ist der K des Re übersetzt, der zunächst nur in Kartusche geschrieben wird und dann eben erst später auch mit dem Zusatz König von Ober- und Untergippen versehen wird. Also da sieht man, dass sie eben ihren Machtanspruch deutlich weiter ausbaut. Laut einer Inschrift Tutmosis III. im Karnak-Tempel aus seinem 42. Regierungsjahr, also er hat sehr lange regiert, fand seine Wahl zum Nachfolger durch ein Orakel des Amun statt, das also aus den Königssöhnen ihn persönlich zur Nachfolge seines Vaters ausgewählt hat. Ob das nun eine nachträgliche Rechtfertigung für seine Herrschaft ist oder ob das schon damals ein geschickter Schachzug der Hatschepsut war, die ja nun mit der Amuns Priesterschaft eng verbunden war, die sich damit halt als Regentin dann irgendwie die Macht sichern konnte, aber durch Tutmosis III. durch diese Nebenlinie auch neues Blut in die Königsfamilie brachte. Das ist bis heute nicht ganz geklärt, weil natürlich jeder die Wirklichkeit immer so darstellt, wie sie ihm zuträglich ist. Wir hätten auf jeden Fall damit auch eine Art göttlichen Präzedenzfall. Osiris, der ja nun auch gestorben ist, sein Nachfolger Horus, war auch noch ein Kind und ist von seiner Mutter Isis aufgezogen worden. Das heißt, man könnte also diese Königskindherrschaft auch wieder damit rechtfertigen. Was ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt sein könnte, ist, dass Hatschepsut bei der Erweiterung ihrer Machtposition und bei ihrem Aufstieg tatsächlich die Unterstützung vermutlich von einer, man könnte sagen, Landeselite genossen hat. Das heißt, wir sehen in dieser Zeit auf der einen Seite rein zahlenmäßig eine Zunahme von bedeutenden privaten Monumenten und Statuen und auf der anderen Seite eben Einzelpersonen, die auf eine, sagen wir es, ungewöhnliche Art und Weise in Erscheinung treten, besondere Ehren genießen, besonders hohes Ansehen genossen haben. Und da entwickelt sich möglicherweise eine Elite, die unter Hatschepsut und unter dem Einfluss von Hatschepsut reich und mächtig geworden ist. Und diese Elite profitiert natürlich von Hatschepsuts Generosität als Dank möglicherweise dafür, dass sie sie eben bei Thronenbesteigung, bei der Entscheidung für Thutmosis zu regieren, unterstützen. Ein Hinweis darauf ist die Autobiografie des Inenni aus dem Grab TT 81, wo er eben Hatschepsut in höchsten Tönen lobt und auch ganz klar sagt, dass sie ihm, hier bleibt da wieder etwas unklar, Dinge gegeben hat. Also es scheint dort schon ein gewisses Geben und Nehmen zwischen der Machtelite, den Adligen, wenn man so sagen will, und dem Königshaus gekommen ist. Es gibt ja immer eine Diskussion darüber, wie hat sich Hatschepsut nun die Königswürde gesichert. In früheren Zeiten war das sehr radikal. Sie hat also Thutmosis beiseite gedrängt, hat die Macht an sich gerissen. Ganz so radikal war das Ganze wohl nicht. Sie hat also nicht einfach die Macht an sich gerissen, sondern sich ihre Machtstellung erarbeitet, indem sie sich der Unterstützung der Adligen versichert hat, die ihr dann quasi die Macht angetragen haben. Es ist also nicht ein Nehmen, sondern eher ein Ja, ich übernehme dieses Amt, wenn ihr mich fragt. Im siebten Jahr ihrer Regentschaft hat sich Hatschepsut nun zum König krönen lassen. Ganz wichtig, zum König. Sie hat das Amt des Königs angenommen und gemeinsam mit Thutmosis III. regiert. Diese Königsideologie der gemeinsamen Regentschaft, die hat man schon sehr früh auch wieder gehabt. Im Mittleren Reich war das gang und gäbe, dass der König mit seinem Nachfolger zusammenregiert hat. Dass der ältere König vorwiegend für die Innenpolitik zuständig war, der jüngere König für die Außenpolitik, dass er in sein Amt hineinwachsen konnte und dass man natürlich einen etwas weicheren Übergang auch in der Regentschaft hatte, wenn der alte König gestorben ist, dass man nicht plötzlich einen neuen Nachfolger heranziehen musste. Es war also auch unter Hatschepsut und Thutmosis III. ganz klar eine sogenannte Co-Regentschaft. Auf der Chapelle Rouge, einem der berühmten Bauten von Hatschepsut, werden beide, Thutmosis III. und sie, auch gleichberechtigt gezeigt und sind in den Darstellungen quasi nicht voneinander zu unterscheiden. Bei der Krönung der Hatschepsut ist Thutmosis circa zehn Jahre alt. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, warum Hatschepsut sich genau diesen Zeitpunkt ausgesucht hat, um sich krönen zu lassen. Wir können vielleicht sagen, dass es ein fragiles Gleichgewicht gegeben hat zwischen Hatschepsut und Thutmosis III. Das aber natürlich drohte, sich Richtung Thutmosis zu entwickeln. Er kam ja nun so langsam in das Alter, wo er ja auch zu Recht alleine hätte regieren können. Hatschepsut wiederum hätte sich nie des Thutmosis entledigen können oder hätte ihn tatsächlich verschwinden lassen können. Er war ja letzten Endes auch der Garant für ihre Macht gewesen in den Zeiten, wo sie eben für ihn regiert hatte. Und letzten Endes zieht sie ihre Position eben zu einem ganz wesentlichen Teil aus der Kombination beziehungsweise dann eben aus der Erwählung durch Amun, die wiederum ihre Herrschaft mit oder für Thutmosis legitimieren konnte. In jedem Fall trägt sie ab diesem Zeitpunkt der Krönung die vollständige Königstitulatur und tritt dann auch im traditionellen und zwar eben männlichen Königsornat auf. Du hattest vorhin, als wir hier uns den Statuenkopf angeschaut haben, ja schon darauf hingewiesen, dass es da ein Königsornat gibt, das normalerweise ja der männliche König trägt. Diesem gleicht sich Hatschepsut in der Darstellung eben an, übrigens aber ohne ihr eigentliches Geschlecht dabei völlig zu negieren. Interessant ist nämlich, dass zum Teil begleitende Inschriften immer wieder auch hauptsächlich die feminine Schreibung und die femininen Wortformen aufgreifen. Also in den Texten ist ganz klar, Hatschepsut ist eine Frau, aber sie übernimmt in der Darstellung eben das männlich geprägte Königsbild. Auch dabei hat es natürlich auch immer wieder Diskussionen in der Forschung gegeben, hat sie jetzt ihr Geschlecht negiert, hat sie sich als Mann verkleidet, aber inzwischen weiß man sehr klar, nein, sie hat einfach als Frau die Rolle des Königs angenommen und man kann sich das vielleicht so vorstellen wie eine Art Theaterspiel. Sie hat also eine Rolle angenommen. Per se konnte in Ägypten nämlich immer nur ein Mann König sein, der König auf Erden verstand sich ja als Nachfolger des Gottes Horus, als Stellvertreter des Horus auf Erden. Horus war ein männlicher Gott und deswegen konnte auch nur ein Mann als König diese Rolle einnehmen, beziehungsweise die Königsrolle war männlich konnotiert und Hatschepsut hat halt diese Rolle als Frau angenommen. Bereits als Gottesgemahlin und Regentin hat Hatschepsut ihre Tochter Nofrore als Nachfolge aufgebaut. Zunächst als Gottesgemahlin Nofrore ist ihr dann also auch im Amt als Priesterin gefolgt. Dafür versicherte sie sich Verbündeter aus dieser Elite-Schicht, allerdings Verbündeter, die keine großen Beziehungen zur Herrscherfamilie hatten. Einer davon war Sennenmut, der ein Aufsteiger, wenn man so sagen will, aus den niedrigen Rängen war und wohl sehr fähig war und sich sein Amt erarbeitet hat. Und Sennenmut hat sie nun auch als Erzieher ihrer Tochter vorgesehen. Sie hat also solche fähigen Menschen am Hof gefördert, aber gleichzeitig auch für eine Konkurrenz und Rivalität unter ihren Verbündeten gesorgt, dass die sich wiederum nicht gegen sie verbünden. Gleichzeitig versicherte sich Hatschepsut auch immer wieder der Gunst der Götter und der Amuns Priesterschaft. Sie knüpft auch ihre Erwählung zum König an ein Orakel des Amun, genauso wie es Tutmosis gemacht hat. Und sie sagt auch in späteren Texten, dass sie bereits durch ihren Vater, Tutmosis I., eigentlich zur Nachfolge bestimmt worden war. Und es gibt Darstellungen, wo also ihr Vater sie als König präsentiert. Und auf einem ihrer großen Obelisken ist es sogar Amun selbst, der ihr die Krone aufsetzt. Das heißt also, sie versuchte das auch wirklich immer zu rechtfertigen. Sie war die eigentliche Nachfolgerin. Sie ist durch Amun erwählt und gekrönt worden und hat sich also nicht einfach die Macht angerissen. Das geht ja so weit, dass wir hier von der göttlichen Geburtslegende sprechen. Also die Geschichte ist eben die, dass der König Tutmosis mit seiner Ehefrau, die Hatschepsut, zeugt. In Tutmosis aber der Gott Amun eigentlich tätig wird. Also Amun ist in Gestalt des Tutmosis derjenige, der schon beim Zeugungsakt ausschlaggebend ist und der eben auch den göttlichen Ursprung für die Herrschaft damit legt. Und so kann sich Hatschepsut in dieser Geburtslegende eben beziehen, nicht nur auf ein Anrecht aus ihrer Herkunft, aus der Königsfamilie, sondern eben auf den göttlichen Willen, der ihr die Herrschaft angetragen hat. Diese Geburtslegende, die göttliche Abkunft von Amun hat man auch vorher schon gehabt. Erstmals ist sie aber als großer Bilderzyklus in Hatschepsuts Tempel in der Elbacherie gezeigt. Sie ist also vom Gott selbst sanktioniert und mit Hatschepsut beginnt überhaupt auch erst der Aufstieg Amuns als Reichsgott des Neuen Reiches und damit auch die Bedeutung von Karnak als Reichsheiligtum. Gehen wir aber erst nochmal einen Schritt zurück. Hatschepsut lehnt sich nämlich mit ihrer Regentschaft, mit allem was sie tut, sehr stark an das Mittlere Reich an. Das Mittlere Reich galt ja als eine Art goldenes Zeitalter Ägyptens. Sie griff diese Ko-Regentschaft mit König und seinem Nachfolger gemeinsam wieder auf. Auch der Name Maad Kare ist eine Anlehnung an das neue Reich. Und auch durch ihre Bauten greift sie das Mittlere Reich auf. Ihr großer berühmter Tempel in der Elbacherie steht nämlich neben dem von Menturhotep II, dem Gründer des Mittleren Reiches. In ihrem Tempel, dem Speos Artemidos bei Beni Hassan, gibt es eine Inschrift, die sogar die Gründung des Neuen Reiches und die Vertreibung der Hyksos als Verdienst Hatschepsuts preist. Das heißt, sie setzt sich also da auch wiederum in eine Retterrolle hinein, was ja eigentlich einige Generationen vor ihr bereits stattgefunden hat. Und als weibliche Herrscherin in der Rolle eines Königs imitiert sie die Nofru Sobek, die Ende der 12. Dynastie auch ebenfalls über Ägypten geherrscht hat. Es ist also eine Art Rollenmodell, was auch wiederum die Verbindung des Männlichen und Weiblichen aufgreift. Und in ihrer Frühzeit kopiert Hatschepsut sogar die Statuen der Nofru Sobek. Wenn wir uns diese Statuen der Hatschepsut anschauen, ist es sehr deutlich zu sehen, dass auch dort ein Wandel stattfindet. In den allerersten Königsstatuen von Hatschepsut ist sie nämlich noch ganz deutlich als Frau zu erkennen. Trägt also auch Brüste, ein weibliches Gewand. Und das wandelt sich im Laufe der Zeit nach und nach, dass ihre Weiblichkeit in diesen Statuen immer weiter zurücktritt, bis sie wirklich im männlichen Königsschutz mit nacktem Oberkörper gezeigt ist. Aber wenn man genau hinschaut, dann kann man trotzdem immer noch diese Andeutungen der eigenen Weiblichkeit erkennen. Gehen wir nochmal zurück zu den ganzen Bauten, die sie getan hat. Denn auch damit hat sie ja ihre Legitimation noch einmal deutlich gemacht. Ganz wichtig ist natürlich zunächst einmal der sogenannte Terrassentempel von der El-Bachari. Als Hatschepsut beginnt, diesen Tempel zu bauen, ist Thutmosis III. etwa 14 Jahre alt. Es geht hier um den Verehrungstempel der Königin, der sehr interessant ist aufgrund seines Bildprogramms. Der hat einige Besonderheiten und diese oder für diese ist er auch bis heute bekannt. Hatschepsut versucht vielleicht gegen den älter werdenden Thutmosis III. mit jetzt wie gesagt 14 Jahren, der sich gerade vielleicht in militärischer Ausbildung befindet, ihre Machtposition zu sichern und tut dies eben unter anderem auch durch Bauprogramm und durch Darstellungen, die eine gewisse Propaganda sicherlich auch verbreiten. Dazu kommt natürlich, dass sie im Rahmen dieser Bauprojekte lukrative Posten vergeben kann, dass sie sich die Zustimmung der Priesterschaft, der Beamtenschaft weiterhin sichern kann. Also dieses Programm, einen Tempel zu bauen, ist sicherlich etwas, was auch eng mit dem Machterhalt zu tun hat. Es ist also eine Gratwanderung, die Hatschepsut dort betreibt. Einerseits versucht sie also an der Macht zu bleiben, indem sie Leute fördert, indem sie Posten vergibt. Gleichzeitig büßt sie dadurch natürlich auch wiederum an Macht ein und gibt etwas Verantwortung wieder ab. Der Ebacheri, der große Terrassentempel, entstand an einem für alle sichtbaren, heiligen und auch prominenten Platz. Die Struktur, die Architektur ist höchst ungewöhnlich und so mit nichts anderem zu vergleichen, was man in Ägypten bis dort gehabt hat. Sie versucht in diesem Tempel, einer der berühmten Millionen-Jahr-Häuser ist, ihre Unsterblichkeit für alle Zeiten zu erreichen. Wir hatten die Reliefs gerade schon angesprochen. Es wird das Amun-Orakel, ihre Abkunft vom Gott Amun, die Geburtslegende gezeigt. Es wird gezeigt, der Transport und das Errichten von Obelisken vor den Tempeln. Das heißt also auch ihre Göttergläubigkeit, wenn man so sagen will. Es wird in diesem Tempel auch eben das, was wir angesprochen hatten, die Präsentation durch Thutmosis I. als König, als seine Nachfolgerin gezeigt. Und ein ganz besonderer Zyklus ist die sogenannte Punt-Expedition, die sie durchgeführt hat. Möglicherweise diente auch diese Durchführung der Expedition nach Punt, ihrem eigenen Machterhalt. Punt, das war ja das mystische Weihrauchland, wenn man so sagen will. Wir gehen heute davon aus, dass das ja irgendwo an der Küste des Roten Meeres gelegen hat. Möglicherweise im Bereich des heutigen Sudans, Eritreas, Äthiopiens, in diesem Bereich. Also Küstengebiet plus Hinterland. Tatsächlich ganz ausdiskutiert ist diese Frage noch nicht. Fest steht auf jeden Fall, dass Hatschepsut das erste Mal nach der Hyksos-Zeit diese Punt-Expedition wieder aufnimmt. Also auch das ist möglicherweise eben ein Prestigeprojekt. Nach dem Motto, schaut her, was ich auf die Beine stellen kann. Deswegen wird es sicherlich auch so prominent in der El-Bahari im Relief gezeigt. Und auf der anderen Seite ist das natürlich eine sehr, man könnte sagen, gottgefällige Leistung, die sie da vollbringt. Denn was sie holt, nämlich Mürre und Weihrauch, möglicherweise auch Edelmetalle und ähnliches, ist eben wichtig, vor allen Dingen auch für den Götterkult. Genau, also auch damit wieder die Gottgefälligkeit. Wobei man sich natürlich auch vorstellen kann, dass das eine Expedition ist, die auch das Volk mit einbezieht. Wenn dort diese Schiffe, also im Nil, aufbrechen, in ein fernes Land ziehen und man nicht weiß, kommen sie gesund wieder. Und wenn sie dann wiederkommen, haben sie die Schätze dabei und alles jubelt. Also das ist schon etwas, was von der eigentlichen Politik, der Tagespolitik vielleicht so ein bisschen ablenkt. Und somit also auch wieder seinen eigenen Weg macht. Was auch ganz interessant ist in Dael Bahari ist, dass es in diesem Tempel, ich glaube, etwas über 60 Stellen gibt, an denen Sennenmut entweder im Bild oder eben textlich erwähnt wird. Das ist ja auch etwas völlig Unglaubliches oder etwas, was so vorher nie da gewesen ist, dass eine Privatperson im königlichen Verehrungstempel, im Haus für Millionen von Jahren, an vielen Stellen immer wieder auftaucht. Das zeugt eben auch nochmal zusätzlich von diesen unglaublichen Leistungen, die dieser Mann vollbracht haben muss. Eben nicht nur als Erzieher der Tochter, sondern eben als Baumeister, Architekt dieses Tempels. Und eben auch als Berater, er wird später Oberdomänenvorsteher des Amun, heißt er hat eigentlich die höchste Position in der weltlichen Verwaltung inne. Und er hat einen ganz außergewöhnlichen Aufstieg eben hingelegt, so wie du vorhin schon erwähnt hast. Interessant ist dabei aber auch, dass Sennenmut, von dem wir ja zwei Gräber haben, irgendwann sicherlich in Ungnade gefallen ist. Oder sagen wir zumindest aus der Geschichte völlig verschwindet. Denn das Grab, das zweite Grab, das für ihn angelegt wird, das sich übrigens auch dort in Del Bahari befindet. Und zwar zu einem Teil unterhalb des Hatschepsut-Terrassentempels angelegt ist. Also auch das ist nochmal eine ganz besondere Position. Dessen Fertigstellung wird abrupt wohl abgebrochen und das Grab ungenutzt versiegelt. Und Sennenmut verschwindet völlig aus den Quellen. Für uns interessant, wo wir jetzt hier in Kunst 2 stehen, ist natürlich auch, dass wir diesen Sennenmut hier in einer Statue, in einer ganz exquisiten Statue auch vor uns sehen. Also direkt, man könnte sagen, unterhalb von Hatschepsut, zu Füßen der Hatschepsut, steht hier eine ganz besondere Statue des Sennenmut. Magst du vielleicht ganz kurz mal erzählen, was man dort sieht? Ganz kurz. Ich verweise zunächst einmal, wer sich länger mit Sennenmut beschäftigen will. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal von Professor Wildung einen Vortrag zu Sennenmut. Tun wir in die Shownotes, kann man gerne noch einmal nachgucken. Die Statue des Sennenmut kniet. Diese Kniestatuen, die wir in verschiedensten Ausprägungen kennen, ist in diesem Fall ein sogenannter Sistrophor. Das heißt, die kniende Figur des Sennenmut hält ein überdimensionales Sistrum vor sich. Sistrum ist ein Musikinstrument aus dem Kult der Hathor, was hier wie ein kleines Heiligtum gefertigt ist. Und in dem sich im Übrigen vorne, auch in kryptografischer Schreibung, noch einmal der Name der Hatschepsut wiederfindet. Das heißt also, Sennenmut taucht nicht nur selbst in der Architektur, in den Tempeln der Hatschepsut auf, sondern auch umgekehrt. Hatschepsut taucht dann natürlich auch bei Sennenmut auf. Das ist ja auch etwas ganz Spannendes, dass Sennenmut sich in Inschriften immer lobt und selbst beweihräuchert. Auch dafür, dass er neue Statuentypen erfunden hat. Und zum Beispiel der Naofor, der Sistrophor oder auch der Messstrickträger oder Ähnliches. Das sind Statuentypen, die es vorher nicht gab und in denen Sennenmut tatsächlich sich selbst zum ersten Mal in der altägyptischen Geschichte abbilden lässt. Also auch das ein Zeichen für seine besondere Stellung und auch für sein Können, für seine Innovationskraft. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass man ganz gerne Hatschepsut und Sennenmut ein Verhältnis angedichtet hat. Wobei ich glaube, wir können das ganz kurz abhandeln. Das ist halt einfach nicht belegt. Man hat sich möglicherweise damals, schon damals in der Antike, da auch Gedanken zugemacht. Es gibt ein ganz besonderes Graffiti, da weisen wir auch in den Shownotes drauf, was sehr eindeutig eine Beziehung zwischen Hatschepsut und Sennenmut belegt. Das kann aber auch einfach nur Klatsch und Tratsch der, sage ich mal, Bauarbeiter gewesen sein, die der El Bacheri gebaut haben, denn daher aus diesem Umfeld kommt dieses. Genau, also man weiß nichts über eine mögliche Beziehung zwischen Hatschepsut und Sennenmut. Man kann dort natürlich nun viel spekulieren, aber belegt ist definitiv nichts. Und wir wissen auch nichts darüber, warum Sennenmut so plötzlich verschwunden ist. Man hat in früheren Forschungen gedacht, dass es wohl irgendetwas mit dem frühen Tod ihrer Tochter Nofro Re zu tun hat. Aber inzwischen hat man Darstellungen der Nofro Re, die auch noch über die eigentliche Regentschaft der Hatschepsut hinausgehen. Das heißt, Nofro Re ist nicht frühzeitig verstorben. Ihre Darstellungen sind teilweise auch recht schwierig. Sie ist kaum zu greifen. Es gibt wohl eine überdimensionale Darstellung auch in der El Bacheri. Und möglicherweise hat Hatschepsut auch versucht, sie nicht nur als Nachfolge der Gottesgemalen heranzuziehen, sondern vielleicht auch als Nachfolge von Königin. Karakuni hat dort eine Theorie aufgestellt. Das Buch, in dem sie über verschiedene Königinnen im alten Ägypten schreibt, verlinken wir auch in den Shownotes. Karakuni hat die Theorie aufgestellt, dass Nofro Re sogar mit Thutmoses III. verheiratet war. Das heißt also, dass Hatschepsut ihre Tochter ihrem Neffen Stiefsohn zur Frau gegeben hat, um so also diese beiden Linien wiederum miteinander zu verbinden. Und dass also in der Nachfolge von Hatschepsut die gute Nofro Re aber dann auch so ein bisschen aus dem Bildprogramm herausgedrängt worden ist und aus ihrer Machtposition herausgedrängt worden ist. Inwieweit das Ganze belegt ist, weiß ich nicht. Wäre natürlich schön anzudenken, aber es ist dort vieles. Einfach oftmals Spekulation und man dreht sich seine Sachen so hin und her, um nochmal auf Sennenmut zurückzukommen. Es ist natürlich auch oftmals gesagt worden, dass Sennenmut nun die eigentliche Macht im Hintergrund ist und wiederum nicht direkt die Königswürde an sich gerissen hat, aber durch Hatschepsut halt regiert hat. Das sind Theorien, die man immer hat und das ist ganz spannend, gerade in dieser doch recht ungewöhnlichen Königsherrschaft einer Frau, wie dann trotzdem immer wieder die Männer in Machtpositionen, zumindest theoretisch, hineingedacht werden. Gehen wir zurück zu den Bauten der Hatschepsut. Sie hat eben nicht nur diesen ungewöhnlichen, bis heute die Leute begeisternden Tempel in der El-Bahri gebaut, sondern auch weitere. Den Tempel der Löwengöttin Pachet in Beni Hassan, den sogenannten Spios Artemidos, haben wir schon angesprochen. Sie hat auch am Tempel der Mut in Karnak gebaut und auch zahlreiche Erweiterungen, Umbauten im Amun-Bezirk in Karnak errichten lassen. Den achten Pylon, ein Barkentempel, zwei Obeliskenpaare, den Kamut-Eff-Tempel am Beginn der Prozessionsstraße zwischen Karnak und Luxor, weitere Prozessionskapellen, Magazin und Opferräume. Sie hat also quasi die Grundlage für den späteren gigantischen Karnak-Tempel gelegt. Die Chapelle Rouge, die rote Kapelle aus ungewöhnlichem roten Stein, wäre auch schon angesprochen. Bei der Errichtung dieser Chapelle Rouge war tut Moses III. nun etwa 18 Jahre alt und spätestens jetzt als Herrscher, als König an ihrer Seite auch nicht mehr zu verbergen. Und so sind also hier auf der Chapelle Rouge Hatschepsut und Tutmosis III. erstmals als gleichberechtigte Partner gezeigt. In Theben West wird auch an anderer Stelle gebaut. Zum Beispiel wird der kleine Tempel von Meninit Harbu errichtet, Jezzer Set, übersetzt der heilige Platz. Es gibt aber auch außerhalb von Theben West zahlreiche Bauprojekte. So wurde am Mondtempel von Amand Beigaben in den Gründungsgruben gefunden mit dem Namen der Hatschepsut. In Hermopolis wurde ein neuer Todtempel errichtet. In Komombo und in Memphis gibt es Erweiterungen bzw. Umbauten aus der Zeit der Hatschepsut. Auf Elefantine entstand unter Hatschepsut ein neuer Satis-Tempel und auch am Knum-Tempel wurde wohl gebaut. Es gibt auch weitere Felsheiligtümer, also nicht nur den erwähnten Speos Artemidos. Es entstanden weitere in Gebel el-Silzile, am Kase Ibrim, in Faraas. Und auch in Nubien gibt es Bauten, in Bohen, Semna, in Dakar, die unter der Regierung der Hatschepsut errichtet wurden. Für Hatschepsut übrigens wurden auch zwei Gräber tatsächlich angelegt. Eines aus der Zeit, als sie noch königliche Gemahlin von Thutmosis II gewesen ist. Das liegt in einem etwas entlegenen Seitental in Theben-West, ganz hoch oben, versteckt in der Felswand. Und nachdem sie aber dann regierende Königin geworden ist, musste standesgemäß eben auch ein zweites Grab natürlich im Tal der Könige angelegt werden. Das ist vermutlich höchstwahrscheinlich KV 20, das früher auch, aber auch schon oft ihrem Vater Thutmosis I zugeschrieben worden ist. Es gibt dort zwei Steinsarkophage, die wohl von Hatschepsut für sich selbst in Auftrag gegeben worden waren, von denen dann eben einer später für Thutmosis I umgearbeitet worden ist. Die Wände des Grabes im Tal der Könige sind übrigens das erste Mal mit Texten aus dem Amduat dekoriert. Also auch da sind verschiedene Dinge, die dann eben Standard werden oder richtungsweisend sind für das neue Reich, in diesem Fall eben für die Dekoration der Königsgräber im Tal der Könige. Problematisch ist, dass viele Bestattungen im Tal der Könige später als Reaktion auf Grabplünderungen sekundär umgelagert wurden. Das heißt, wir haben eben keine intakten Grabensemble dort. Und Reste eines Holzsarges der Hatschepsut, der ursprünglich sicherlich in dem gerade von mir erwähnten Steinsarkophag gestanden hat, sind dann im Grab Ramses des Elften gefunden worden. Außerdem gibt es Uschepti, der Hatschepsut. Es spricht also alles dafür, dass sie tatsächlich im Tal der Könige beigesetzt worden ist. Hatschepsut hat etwa 20 Jahre lang regiert und ist dann wohl eines natürlichen Todes gestorben. 2007 konnte ihre Mumie durch DNA-Untersuchungen identifiziert werden. Sie wurde 1903 im Grab KV 60 gefunden und zwar von keinem Geringeren als Howard Carter. Allerdings bestehen immer noch Zweifel daran, ob es nun wirklich Hatschepsut gewesen ist. KV 60 ist ein kleines undekoriertes Grab, das eigentlich der schon zuvor angesprochenen Amme der Hatschepsut zugeschrieben wird. Dort fanden sich zwei Frauenmumien, die der Amme und vielleicht die der Hatschepsuts. Es wäre eine große Ehre, wenn die beiden dort sozusagen zusammengelegen hätten. In ihrem Grab in KV 20 fand man nur einen Zahn, der angeblich, aber vielleicht auch doch nicht in die scheinbar identifizierte Mumie passt. Es gab nämlich auch dort wiederum Diskussionen. Ist das jetzt ein Zahn aus dem Oberkiefer oder ein Zahn aus dem Unterkiefer? An einer Stelle hat in der Tat Hatschepsut oder die angebliche Mumie Hatschepsut eine Zahnlücke. Aber auch da wiederum, die einen sagen, ja der Zahn passt dahin und deswegen muss das Hatschepsut sein. Die anderen sagen, nein, er passt nicht dahin, weil er eben zum anderen Teil des Kiefers gehört. Es ist also eine totale Verwirrung und je mehr man liest, desto weniger weiß man eigentlich. Aus der berühmten Kaschette von der Elbacherie, wo ja die Königsmumien aus ihren Gräbern herausgeholt und zusammengesammelt worden waren, fand man nur einen Kasten, in dem ihre Hatschepsuts inneren Organe sind, die angeblich zu dieser Mumie gehören, die vielleicht Hatschepsut ist oder auch doch nicht. Und eventuell steckt da auch wiederum in diesem Kasten der Zahn drin und nicht in der Grab. Also es ist eine totale Verwirrung und viele, viele Fragezeichen. Da gibt es viele, viele Fragezeichen und es ist tatsächlich ein ziemliches Durcheinander. Und man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Zuschreibungen, denn natürlich steht auf den inneren Organen nicht drauf, dass sie von der Hatschepsut sind, sondern es steht eben auf diesem Kasten. Und das Problem da ist auch wiederum, dass eigentlich dieses Organpaket gar nicht in diesen Kasten hineinpasst. Also der Deckel geht nicht mal zu. Jetzt ist natürlich auch überlegt worden, ob dann möglicherweise da Dinge durcheinandergebracht worden sind. Das ist nämlich gar nicht so unüblich, als man nämlich in Reaktion auf die Plünderung der Gräber dann in der 22. Dynastie die Königsmumien rettete und einiges aus dem Grabinventar rettete und umlagerte und eben in diese Verstecke, in diese Kaschette brachte, da sind viele Sachen durcheinandergekommen. Und möglicherweise bezieht sich das eben auch auf diesen Kasten. Also da steht eindeutig Hatschepsut drauf, aber ob der Inhalt auch Hatschepsut ist, ist tatsächlich fraglich. Also auf solchen Dingen Identifikationen aufzubauen, ist ein wenig schwierig. Aber natürlich versucht man immer mit dem Namen Hatschepsut dann natürlich auch Drama, Drama, Drama zu verbinden. Ich meine mich zu erinnern an irgendeine Untersuchung eben mit dieser Mumie, die vielleicht oder vielleicht auch nicht Hatschepsut ist, wo gesagt wurde, dass sie sich angeblich zu Tode gekremt hat, weil sie nämlich angeblich unter starken Hautausschlägen gelitten hat. Ja, und dafür eine Creme genommen hat, die stark bleihaltig war und sich damit also selbst vergiftet hat. Ich schaue mal, ob ich den Artikel noch wiederfinde, auch dann kommt er in die Shownotes. Hatschepsut sorgt also für Diskussionen, nicht nur in unserer Zeit, sondern auch schon in der damaligen Zeit. Denn ein ganzer Teil ihrer Statuen ist zerschlagen, zerstört worden. Es sind ihre Darstellungen ausgehackt worden. Wenn man sich unsere kleine Statue des Sennenmut einmal genau anschaut, dann kann man nämlich auch sehen, auf den Seiten und auf der Rückseite, dort sind einige Hieroglyphen entfernt worden. Wahrscheinlich der Name der Hatschepsut. Das fand aber nicht direkt nach ihrem Tod statt, sondern erst recht spät in der Regentschaft von Thutmoses III., der natürlich nach dem Tod von Hatschepsut noch lange, lange Zeit alleine weiterregiert hat, bekannt ist als der große Kriegerkönig der altägyptischen Geschichte, der auf viele Feldzüge gegangen ist. Und vermutlich beginnt es mit der Zerstörung des Andenkens der Hatschepsut in der Zeit, als Thutmoses III. mit Amenophis II. seinen Nachfolger verkündet hat. Also es geht möglicherweise, das wäre jetzt zumindest, glaube ich, unsere Meinung, nicht darum, dass Thutmoses sich für die Machtergreifung durch Hatschepsut gerecht hat, ihr Andenken sofort getilgt hat, als er dazu in der Lage war, sondern es geht vielleicht darum, diesen Präzedenzfall, dass die Tante für den zwar noch sehr kleinen, aber ja real existierenden Thron-Nachfolger einspringt und sich dann zur regierenden Königin macht, dass dieser Präzedenzfall aus den Annalen möglicherweise gelöscht werden sollte, um den Wiederholungsfall vorzubeugen. Genau. Hatschepsut ist also nicht vollständig vernichtet worden. Man findet noch mehr als genug, um ihren Platz in der Geschichte ihr auch wieder zuweisen zu können. Und sie hat auch in der Moderne noch ein gewisses Weiterleben. Sie findet nämlich Platz in einer Kunstinstallation der berühmten Dinner Party von Judy Chicago, einer feministischen Künstlerin, die dieses große Werk 1974 bis 1979 geschaffen hat. Bei dieser Dinner Party, es ist ein dreieckiger Tisch, auf dem 39 Gedecke ausgelegt sind, die berühmte Frauen der Weltgeschichte symbolisieren wollen. Platz 8 findet sich ein Gedeck für Hatschepsut. Und auch viele weitere Frauen aus dem alten Ägypten finden dort ihren Platz, nämlich im sogenannten Heritage Floor, also in der Dekoration des Bodens unter diesem Dinner-Party-Tisch. Dort finden sich eine ganze Reihe von altägyptischen Göttinnen, Buto, Hathor, Isis, Nut, Tefnut, aber auch Königinnen, Hatschepsut ein zweites Mal, Kleopatra, Tetischeri, Teje, Nofretete und viele weitere. Auch in der Literatur hat Hatschepsut natürlich großen Einschlag gefunden. Wenn Sie sich in einschlägigem Buchsortiment einmal umschauen, finden Sie mit Sicherheit mehrere Hatschepsut-Romane, in denen garantiert auch Sennenmut immer wieder auftaucht. Also da lesen Sie, wenn Sie solche Sachen lesen, das immer mit dem Hintergedanken, dass man eigentlich nichts wirklich über diese Verbindung weiß. Und wenn Sie sich nochmal etwas genauer umschauen wollen, was das Leben, die Familie, die Bauten der Hatschepsut angeht, dann verweisen wir auf die Homepage maart-k-ra.de, die sich ganz Hatschepsut gewidmet hat. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir Ihnen hier auch wieder ein wenig die Augen und die Ohren geöffnet haben. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen und natürlich den Podcast in alle Welt hinaustragen. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch im Museum und sagen bis zum nächsten Mal auf die Ohren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020